Moin Moin, herzlich willkommen in der Computerstube an der Schwentine. Wir spielen mal wieder 7 days to die. Wir sind am Tag 25. Und ich muss mal ein bisschen aufräumen. So, das da unten will ich alles verkaufen. Ich muss auch mal richtig aufräumen. Das kommt hier hin. Das behalte ich. 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 Den Tee kann ich auch erstmal rausnehmen. Das Fleisch kann hier bleiben. Die Steinaxt reicht mir die Sechser. So, Tierfett kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Trübes Wasser habe ich gerade nicht. Das hat Grund. Ich habe mich gerade... Das Wasser... Okay. Kocht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das Wasserstoffen kommt da hin. Kaffeepulver kann hier noch hin. Die werden, glaube ich, schnell alle... So, das heißt, ich habe hier davon noch ein über... Da... Ich habe davon ein paar über... Die können doch nicht mal weg. Kumpel 2. So. Stoff kann weg. Der kann weg. Kleeber kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Eisen kann weg. Star... ... 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 Lass. Und da kann ich zum Händler. Hey buddy, I hope you didn't let the dead bother you here. Und da kann ich zum Händler hier auf den Tresen lassen. Du hast neue Sachen bekommen. Den will ich haben. Den will ich haben. Brennender Schaftnot. Den kann ich mir jetzt selber bauen. Ja. Sofort. Duff. 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 Ich hatte schon Angst, sie liegt wieder so weit in den Bergen. Nein, sie ist erst um runterfallen. So, und dann will ich die Vorräte holen. So, und dann will ich die Vorräte holen, und dann will ich die Vorräte holen, und dann will ich die Vorräte holen. So, und dann will ich die Vorräte holen, und dann will ich die Vorräte holen, und dann will ich die Vorräte holen. So, und dann will ich die Vorräte holen, und dann will ich die Vorräte holen, und dann will ich die Vorräte holen. Das ist ein Geldautomat. Mal gucken, was da drin ist. So, was zu essen. Hm? 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 Das war's für heute. Die Registrierkasse, da ist auch noch Geld drin. Da ist ein Tresor. Den kann ich auch mal knacken. Da ist er richtig abgebrochen. Aber ich habe ein paar mehr. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Die ist verschlossen. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Da kann ich mal reingucken. Oder noch einen zweiten Tresor. Ja, da muss einiges ordentliches drin sein. Das kann ich nicht alle verbrauche. Kann ich mal leben? Kann ich mal leben? Ja, da muss ich mal leben. Ja, da muss ich mal leben. Ja, 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 ja. Rucksack, gut. Ja, ja, ja. Ah, komm schon. Ich hab noch keinen Bücherschrank gesehen. Okay. 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 Da ist eine Kiste. 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 Ja. Da ist eine Kiste. Also da bin ich recht voll. Vielleicht könnte ich hier mal Sachen reinpacken. Wenn die sowieso zum Händler könnten. Nee, mit Testosteron ist es nicht unbedingt. Das ist eine Kiste. So, was haben wir da jetzt? Ah ja. So, einen Kochtopf habe ich doch schon. Okay. Oh. Ah. Das war's. Ah! Jetzt verschlossene. Ich habe eine Handtasche. Ich habe eine Handtasche. Ich habe eine Handtasche. Auch Sachen für den Händler. Ich habe eine Handtasche. Ich habe eine Handtasche. Gut. 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 Völlig überladen. I'm listening. I never would have guessed you'd pull through, but you did, so here you go. So, das kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Das Motorrad für 30.000, das ist schön. Well, good luck with that. I don't trust you, but I'll give you a will. I'm waiting. I don't trust you, but I don't trust you. Ich sollte erst nach Hause fahren. So. Das muss hier nicht bleiben. Die können mal dazu. Das Katzenfutter kann dazu. Das Maismäh kann dazu. Das Problem ist, ich kann hier vier rein. Sehr gut gebrauchen. Das kommt auch irgendwie noch hier hin. Der kann da hin. Das kommt hier hin. Die Beeren kommen hier hin. Das Brot kommt hier erstmal hin. Was für heute? Das Fleisch, also was kommt da hin? Das ist da auch voll. Der Grill kommt noch hier hin. Die Knochen kommen noch hier hin. Der kommt noch hier hin. Das kommt noch hier hin. Den kann ich auch hier lassen. So. Ausrüstung. Die Knochen haben wir ja. Eine Taschenlampe. Die Knochen. Die Knochen. Die Knochen. Die Knochen. Die Knochen. Das stimmt. Das wird einen Teil enthalten. So, fangen wir mal hier an. Rohr, Steine, Silberklumpen, Eisen, Kühlerkühl. Kleber, Blei, Stoff, Papier. Das sehe ich noch nicht. Ich bin durstig. So, Kunststoff, Angel, Kerzenstände. Die habe ich da schon. Also, ein Messer, eine Mod. Gut. Mehrere Gläser. Also, ein Messer, ein Messer, ein Messer, ein Messer. Also, ein Messer, ein Messer, ein Messer, ein Messer. Das ist alles überraschend. Immer mit mir schreit es, ja auch nicht. Das ist alles überraschend. Denn das ist ein Messer. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk. das ist säubern und abholen ja 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 Oh! Da kann ich noch was anschauen, Bier. Bier kann schon mal da unten mit hin. So, kann man was essen und den auch schon mal da unten hinlegen. Schuss, ich weiß nicht. Ich höre ihn mit. Ich höre ihn mit. Ich höre ihn mit. Ich höre ihn mit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich nenne das natürlich Antibiotika. Zerstörte Werkwand. Da komm ich hier. Da muss ich weiter hoch. Da ist auch Geld drin. Da ist Kleidung. Da ist ein Bücherregal. Da ist immer nur Papier drin. Da muss ich mitnehmen. Das ist ein Bücherregal. 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 Nein. In die Richtung. Das ist ein Bücherregal. Das ist ein Bücherregal. Gut. Können wir den Loot noch mitnehmen? Das ist ein Bücherregal. Das ist ein Bücherregal. Ich glaube das ist mir eben ein sehr blöder Fehler unterlaufen. Ich habe es glaube ich geskript anstatt zu lesen. So. Ich kann zurück zum Händler. Ja. Wenn er geöffnet hätte. Sag mal, wieviel Dietrich brauche ich denn da? Ich habe keine mehr. Schade. Das ist eine große Reihe. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich dachte, ich hätte Kiste mal. Ich dachte, ich hätte Kiste mal. Ich dachte, ich hätte Kiste mal. Also alles, was mit Gartenbau zu tun hat. Das heißt, alles Samen. Ich dachte, ich hätte Kiste mal. Ich dachte, ich hätte Kiste mal. Ich dachte, ich hätte Kiste mal. Ich dachte, ich hätte Kiste mal rein. So, also das kommt schon mal hier hin. Die zweite Taschenlampe. Knochen kommen hier. Also Landwirtschaft raus hat schon mal viel gebracht. So, Eisen. Ohre, Sand, Blei, Papier, Angelblei. Die sehe ich hier noch nicht. Die sind da. Kunststoff. Knochen. Flassersteine. Pokale. Weiß, Nadel und Faden. Weiß, Nadel und Faden. Trader Joe's is now open. Das ist schön. Hier wollte ich nämlich gerade. Wird nicht so viel zu sein. Es ist ein wenig zu sein. Ich habe ein wenig zu sein. Ich habe ein wenig zu sein. Ich habe ein wenig zu sein. Hier ist ein wenig Geld. Okay. Schlagschraube, es war aber schön, aber so weit bin ich so lange noch nicht. Oh, ich hab meine Taschenlage weggegeben. Beziehungsweise in meine Kiste gepackt. Okay. Ja, ich glaube, damit kann ich was anfangen. You need work. Fantastic. I hope you can pull it off. Gut. Dann habe ich jetzt erstmal zu tun. Mal gucken, ob ich noch zwischendurch ein paar Zombies finde. Mal gucken. Mal gucken. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ja, schwerbergig. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. 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 Ich bin froh.